Ich bin Lukas Fröhlich, ich bin im Februar 2018 geworden. Wir haben dieses Jahr die Chance bekommen, bei den Steelers, bei der ersten Mannschaft mitzutrainieren. Ich denke mal, wir drei sind motiviert und werden unsere Chance nutzen und freuen uns auf die Saison. Ich bin Michael Fink, ich werde noch 18 im September und ich freue mich natürlich auch riesig, dass wir hier die Chance bekommen mitzutrainieren und hoffe, dass wir eine erfolgreiche Saison haben in der Mannschaft. Ich bin der Dustin Ketzel, ich bin auch noch nicht 18, werde 18 im September und ich freue mich auch schon auf die Saison. Servus, mein Name ist Adam Brzezinski, ich bin neu dieses Jahr, ich bin Verteidiger Nummer 29. Ich freue mich auf neue Aufgaben hier für die neue Saison. und ja, schöne Halle und tolle Fans zu spielen. Hoffentlich wird das alles gut laufen und wir werden alle zufrieden. Servus, hier ist Sinja Martinovic. Ihr kennt mich noch unter meinem alten Namen Silo und ich bin wieder im Ellenthal. Ich bin froh, dass ich wieder da bin und ich freue mich, euch wiederzusehen. Hi, ich bin Jason Pinizotto, ich bin froh, dass ich hier in Bedingheim bin und ich kann nicht erwarten, dass die Saison weitergehen wird. Hi Silas Fans, ich bin Benjamin Konawitter, 23 Jahre alt, aus Garmisch, Patenkirchen und ich freue mich auf Bedingheim. Mein聯ateg Team Landschirm peux ein